Warum steht im Rentenanpassungsbescheid nicht geschrieben, wie hoch mein Extra-Rentenzuschlag ist, den ich ja bis 7,5% ab Juli 2024 auch bekommen soll? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, wir bekommen zu dem Thema Rentenanpassung, zum Thema Rentenzuschlag bis 7,5% ganz, ganz viele Anfragen rein, eine Flut von Anfragen, die wir leider so nicht beantworten können. Aber es kristallisiert sich heraus, dass es doch, dass doch der eine oder andere leider nicht richtig informiert ist oder nicht den Zugang zu den entsprechenden Informationen hat, um zu verstehen, was es mit dem Rentenzuschlag auf sich hat, was es mit der Rentenanpassung auf sich hat und warum das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Meine Damen und Herren, ich mache es nur noch mal ganz, ganz kurz für alle diejenigen, die es auch tatsächlich betrifft und die das interessiert. Die Rentenanpassung 4,57% hat nichts, aber auch gar nichts mit dem sogenannten Zuschlag an Extra-Rente bis 7,5% zu tun. Der Zuschlag an Extra-Rente betrifft einen ganz begrenzten Personenkreis, ungefähr 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die unter bestimmten Voraussetzungen diesen Zuschlag bekommen können. Wer diesen Zuschlag bekommt, der erhält von der deutschen Rentenversicherung einen entsprechenden Bescheid, und zwar über diesen Zuschlag, und zwar nur über diesen Zuschlag. Das hat nichts mit der Rentenanpassung zu tun. Die Rentenanpassung, da bekommen 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner einen Rentenanpassungsbescheid und für diejenigen, die im Ausland leben, ist das, Entschuldigung, oftmals verknüpft mit der Abgabe der Lebensbescheinigung. Da in dem Rentenanpassungsbescheid steht nichts, aber auch gar nichts drinne zum sogenannten Zuschlag bis 7,5%. Für den Zuschlag bis 7,5% erhalten Sie einen Extra-Rentenbescheid, gegen den Sie ganz normal auch Widerspruch einlegen können. Das heißt, Sie können dort in diesem Extra-Rentenbescheid dann sehen, dass Sie mit dabei sind, dass der Zuschlag Ihnen gewährt wird und dass Sie hier, wie hoch dieser Zuschlag ist. Der Zuschlag wird netto ausgezahlt. Also die Berechnung des Zuschlags erfolgt anhand der Ihnen gewährten Rente vom Auszahlbetrag her und von diesem Auszahlbetrag wird der Zuschlag berechnet und dann steht der Betrag auch in diesem Bescheid drin. Und Sie werden dann diesen Zuschlag auch in der Zeit vom 10. Juli bis 20. Juli 2024 das erste Mal gezahlt bekommen. Und zwar als Extra-Rentenzahlung zur normalen Rentenzahlung. Das heißt, wenn Sie nachschüssiger Rentner sind, bekommen Sie die Rente am 31.07. 2024, Ihre Altersrente zum Beispiel gezahlt, vorschüssiger Rentner bekommt die schon oder hat die schon bekommen am 28. Juni 2024. Aber der Extra-Rentenzuschlag wird auch für die vorschüssigen Rentenzahler oder Rentenempfänger erst ab 10. Juli bis 20. Juli erstmals gezahlt. Da werden Sie dann alle sozusagen in einen Topf mit reingeschmissen. Also nochmal, der Extra-Rentenzuschlag bis 7,5% hat nichts, aber auch gar nichts mit der Rentenanpassung zu tun. Wenn überhaupt nur wird der Extra-Rentenzuschlag aus der erhöhten Rente, aus der erhöhten Netto-Rente dann explizit berechnet und Ihnen dann auch extra ausgezahlt. Also meine Damen und Herren, ich hoffe, das reicht als Erklärung für Sie aus. Dass Sie nochmal nachvollziehen können, dass es diesen Extra-Rentenzuschlag auch mit einem Extra-Renten-Bescheid gibt, in dem Sie dann auch tatsächlich erkennen können, dass Sie a. mit dabei sind, wer den auszahlt, wie hoch der ist und dass Sie dort auch eine Rechtsmittelbelehrung drin haben. Falls Ihnen da irgendwas aufstößt, dass Sie dann auch Widerspruch da gegen den Bescheid einlegen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel. Ich wünsche Ihnen hier auch noch etwas Erklärung für Sie.